Auch in Spanien rollt der Ball wieder und deshalb gibt es natürlich auch zur La Liga Saison 23-24 noch meine Prediction, welches Team am Ende auf welchem Rang landen wird in der Tabelle und ich würde sagen, wir starten direkt rein, wie gewohnt von hinten nach vorne. Sind ja 20 Teams, alles wie gehabt und auf dem letzten Platz fangen wir an mit Kadif. Sie sind wie jedes Jahr Abstiegskandidat und haben aber oft die Klasse dennoch halten können. Diesmal sehe ich sie sehr schwach. Mit Sergio haben sie zwar einen fähigen Trainer, aber gerade in puncto Kaderqualität war man ohnehin schwach und steht mit den Abgängen von Bongondar und Lozano und den Zugängen von Machis und Escalante auch nicht unbedingt Besser da, gerade wenn man die Kader der Aufsteiger betrachtet. Mal schauen, ob sie mich wieder einmal Lügen strafen und doch drin bleiben, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nächster Absteiger auf Platz 19 wäre laut mir Ude Almeria. Letzte Saison hat man als Aufsteiger zum Ende hin ein wenig nachgelassen und ist nur ganz knapp dem Abstieg entronnen. Stürmer Elbilal Touré wurde für 30 Millionen an Atalanta verkauft. Mit Arribas, Pupil und Edgar González haben sie sich aber anderweitig gut verstärkt und auch auf der Trainerposition sehe ich sie mit Vicente Moreno solide aufgestellt. Ich traue ihnen den Klassenerhalt zu, aber ich sehe dieses Jahr einfach keinen ganz klaren Absteiger und deshalb trifft es sie laut meiner Prognose dennoch. Auf Platz 18 habe ich dann Las Palmas, die als Zweiter aufgestiegen sind, die haben nur Kaderspieler abgegeben und den Kader vom langjährigen Barca-Jugendtrainer Pimienta klug verstärkt mit Julian Araujo per Laie und Sinkgrafen und Munir ablösefrei. Dennoch wird es echt schwer, weil neben der Offensive angeführt von Kapitän Jonathan Vieira und Riesentalent Molero die Defensive schon sehr schwach besetzt ist und eine große Schwachstelle darstellt, die sie laut meiner Prognose den direkten Gang zurück in Liga 2 antreten lassen würde. Auf Platz 17 kommt dann für mich Deportivo Alaves. Über die Playoffs sind sie ja aufgestiegen nach einer starken Rückrunde. Sie konnten die Mannschaft größtenteils zusammenhalten und mit Erstliga-Erfahrung und Qualität mit Kike Garfia und Goro Sabel verstärken. Aber der beste Transfer ist für mich die Festverpflichtung von Antonio Blanco von Real Madrid, der eine herausragende U21-EM auf der 6 für Spanien gespielt hat. Auf Platz 16 habe ich Rayo Vallecano. Trainer Iraola ist in Richtung Premier League abgewandert aufgrund des Erfolgs mit ihnen und wurde jetzt mit Francisco Rodriguez ersetzt, der auch noch jung, aber durchaus auch schon erfahren für sein Alter ist, wenn gleich mich seine bisherige Arbeit nicht vollends überzeugt hat. Um zum Kader zu kommen, haben sie drei extrem wichtige Spieler verloren mit Fran Garfia, Katena und Comesanya, die man nicht wirklich ersetzen konnte. Der Kader ist recht schwach bis auf zwei Spieler, die herausstechen und sie durch die Saison carryen müssen mit Isi Palafon und Raul de Tomas. Sie werden daher, denke ich, nicht wie in den Vorjahren im Mittelfeld landen, sondern eher im Abstiegskampf, aber nicht absteigen. Auf Platz 15 habe ich eine Mannschaft, die auch letztes Jahr 15. wurde und zwar ist es Retafe. Die sind mittlerweile ein etabliertes Team in La Liga, auch wenn es so ein bisschen schwankt als zwischen Europa und dann wieder Abstiegskampf. Dennoch ist Trainer Bordalas wieder da und hat sie letzte Saison zum Ende hin dann drin gehalten. Ihre Lebensversicherung fehlt allerdings die komplette Hinrunde mit einem Kreuzbandriss mit Enes Ünal. Den können sie einfach nicht im Ansatz ersetzen und auch auf dem Transfermarkt haben sie sich nur bedingt verstärkt. Klar, Parleihspieler festverpflichtet, Carmona geliehen und ablösefreie Transfers, aber niemand, der sie jetzt auf ein neues Niveau hebt. Mit der Ünal-Rückkehr werden sie in der Rückrunde deutlich mehr Punkte wie in der Hinrunde holen und so dann auf jeden Fall in der Liga bleiben, auch wenn es erstmal ein bisschen holprig werden könnte. Auf Platz 14 kommt dann der dritte und letzte verbliebene Aufsteiger im Bunde und zwar ist das Granada. Die sind als erster aufgestiegen, nachdem Paco Lopez mitten in der Saison übernommen hat und sie dadurch noch einmal die Kurve bekommen haben. Mit Kini hat man nur einen Stammspieler verloren, die Rechtsverteidigerposition aber durch den Neuzugang von Wilson Manafort geupgradet. Wie den Kader insgesamt mit Villar, Weisman, Jetu, Vallejo mal wieder per Laie von Real und Gerard Gumbot ablösefrei, der trotz Abstieg mit Elche letztes Jahr individuell eine starke Saison gespielt hat. Kleiner Funfact am Rande für die, die es nicht wissen, einer der Leistungsträger ist der mittlerweile 36-jährige Cajeron. Auf Platz 13 habe ich dann Veltavigo. Letztes Jahr habe ich sie ja als Überraschung auf Platz 7 getippt und sie haben erst am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Nun ist der neue Trainer Rafa Benitez, den ich aber trotz seiner bisher trainierten Vereine nicht unbedingt als Top-Lösung ansehe, hat ja unter anderem Real Madrid und auch Liverpool früher mal trainiert. Der Kader wurde aber dennoch gut verstärkt mit Bamba und Manu Sanchez ablösefrei und Starfeld hat man auch unter Marktwert verpflichten können. Verloren hat man nur Ravi Galan, die große Frage ist halt noch, ob Top-Talent Gabri Veiga bleibt, der wohl jetzt schon der beste Spieler im Kader ist. Ich persönlich rechne noch eher mit einem Wechsel und sehe Vigo im hinteren, aber gesicherten Mittelfeld, sofern es das dieses Jahr geben sollte im Vergleich zum letzten Jahr. Auf Platz 12 kommt dann das 17. Bundesland aus Deutschland. Nein, Spaß natürlich. Da ist der RCD Mallorca und der Hauptgrund neben Torjäger Moriki für die Saison im Mittelfeld. Letztes Jahr hat sie in Richtung PSG verlassen mit Kreativspieler Kang Gin Lee. Die Einnahmen hat man aber tatsächlich komplett reinvestiert in den Kader. Vor allem die beiden abgestiegenen Laren und Darder von Valladolid bzw. Espanyol sind starke Neuzugänge, die beide eine herausragende Saison in schlechten Mannschaften hinter sich haben. Sie werden wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben und trotz Potenzial zur Überraschung wohl eher erneut im Mittelfeld landen, bei mir auf Platz 12. Auf Platz 11 kommt bei mir dann Cede Osasuna. Nach der überragenden letzten Saison mit Platz 7 und Pokalfinale spricht eigentlich nur ein Grund gegen sie, der aber gleichzeitig ein positiver ist. Und zwar ist das die Dreifachbelastung mit der Conference League Teilnahme. Ansonsten sind sie ein eingespieltes Team, vergleichbar so ein bisschen mit dem SC Freiburg, haben mit Jacoba Aracete einen Trainer, der seit 2018 im Amt ist und mit Aridan Hernandez nur einen Leistungsträger verloren, den man aber mit Katena als Neuzugang upgraden und vor allem verjüngen konnte. Zudem kam mit Raul Garfia der 2. der Torjägerliste der 2. Liga und Morica als gute Linksverteidigeroption per Laie. Auf Platz 10 kommt bei mir dann tatsächlich Valencia. Letzte Saison war sehr hart mit Abstiegskampf, nachdem man punktetechnisch stark underperformed hat, obwohl die Ergebnisse eigentlich immer knapp und recht eng waren. Vereinslegende Ruben Barrara hat sie dann letztendlich zum Klassenerhalt geführt und wird nächste Saison für eine ruhigere Saison sorgen, wobei man jetzt nicht unbedingt Europa oder einen Kampf darum erwarten sollte, denn der Kader ist relativ unverändert. Musa ist in Richtung AC Mailand abgewandert und wurde mit Pepe Lu ersetzt. Generell würde ich sagen, sind sie so die größte Wundertüte und mit Platz 10 gehe ich da eigentlich das geringste Risiko ein, weil sie könnten wirklich überraschen oder wieder mal enttäuschen und deshalb bin ich in der Mitte, glaube ich, echt gut positioniert und mal schauen, was diese Saison so für sie drin ist. Kommen wir in den Bereich der einstelligen Tabellenplätze und da sind eigentlich die acht typischen Teams, die man da erwarten kann, die da eben meistens sind und eine Überraschung, aber wir fangen erstmal mit einem etablierten Team an und das ist Athletic Bilbao auf der 9. Letztes Jahr wurde man ja Achter mit 13 Punkten weniger wie erwartet. Die logische Schlussfolgerung wäre jetzt okay, ohne Dreifachbelastung im Vergleich zu den anderen Top-Teams müssten sie ja jetzt weiter vorne mitspielen, aber ich glaube, sie werden erneut die erwarteten Punkte underperformen, einfach aufgrund der schwachen Abschlussqualitäten der Williams-Brüder beispielsweise und da man einfach keinen guten Zielspieler vorne drin hat und sich auch keinen herzaubern kann, da transfertechnisch einfach wenig möglich ist aufgrund der Basken-Regel. Dadurch ist ohnehin relativ wenig Bewegung im Kader drin, was einerseits auch gut sein kann, da man recht eingespielt ist, einen aber auch andererseits limitiert, indem man keine externen Spieler holen kann und größtenteils auf die Jugend setzen muss. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Ernesto Valverde schon das Maximum aus dem Kader rausholt und man so erneut um Europa spielen kann, die Saison aber einen Platz niedriger beendet auf Platz 9. Und einen Platz weiter auf der 8 sehe ich dann tatsächlich schon Villarreal. Und das ist ehrlich gesagt auch echt schwer vorherzusagen, da einerseits Kike Setien einen guten Job gemacht hat nach dem Abgang von Unai Emery und sie souverän in die Europa League geführt hat und sogar teilweise an der Champions League schnuppern konnte. Andererseits hat man einen extremen Aderlass an vor allem wichtigen Spielern zu verkraften, mit den Abgängen von Pau Torres, Nicolas Jackson und Chukwueze, die wohl zu den Top 5 der wichtigsten Spieler der Vorsaison gehörten. Prereton Diaz, Zerlot und Gabia sind zwar nominell guter Ersatz dafür, dennoch ist der Qualitätsverlust enorm und wird gerade mit der Dreifachbelastung für eine nicht ganz so erfolgreiche Saison sorgen. Und auf Platz 7 kommt dann der vorhin angekündigte Überraschungstipp. Und zwar habe ich da Girona. Die werden meiner Ansicht nach erneut um Europa mitspielen, denn auch wenn es ihre zweite Saison in der Liga ist, sehe ich keinen Leistungsabfall beim Partnerklub von Manchester City. Nur Romeo musste man von den Stammspielern abgeben, während man sich aber auf der Zugangsseite nochmal ordentlich verstärken konnte mit Daly Blind, den Laien von Savio und Pablo Torre und der Verpflichtung von Artem Dovböck, einem meiner absoluten Lieblingsstürmer aus der Ukraine. Zudem konnte man wichtige Spieler wie Arnaud Martinez oder Aleks Gafia halten und steht somit vor einer erneut zeugenfreien Saison mit Aussicht auf einen einstelligen Tabellenplatz. Auf Platz 6 kommt bei mir dann der FC Sevilla, bei denen ich ja letztes Jahr echt einen sehr guten Call hatte, dass sie in der Liga reinscheißen werden. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Trotz angekündigter Verfügbarkeit aller Spieler auf dem Transfermarkt aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, hat man kaum Geld eingenommen und keine Leistungsträger abgegeben und dennoch für Jibril Sow Geld ausgegeben und Pedrosa ablösefrei geholt. Stand jetzt ist der Kader also tatsächlich besser und wenn man nur die Amtszeit und den Punkteschnitt von Mendilibar betrachtet, so müsste man zwangsläufig um die Champions League Plätze mitspielen und ich traue es ihnen auch zu. Allerdings sehe ich dann doch noch andere über ihnen, da sie auch oftmals gegen schwächere Gegner patzen, unter anderem durch einige, teilweise auch unnötige Platzverweise. Rang 5 belegt in meiner Prognose Real Sociedad. Trainer Al Guafil ist schon einige Jahre im Amt und unter anderem durch diese Konstanz hat man letzte Saison seit langem mal wieder die Champions League erreicht. Kadertechnisch schmerzt vor allem das verletzungsbedingte Karriereende von David Silva, von dem sie trotz seines hohen Alters noch enorm abhängig waren. Auch Stammrechtsverteidiger Goro Sabel hat man abgegeben, aber mit dem ablösefreien Transfer von Amari Draore sich dort dennoch verbessert. Die Laie von Sörloth ist abgelaufen, aber was macht man da natürlich? Klar, man leiht den nächsten RB Leipzig Stürmer mit André Silva. Insgesamt wird es eine erneut erfolgreiche Saison, auch wenn Platz 4 laut mir jemand anderes belegt, denn da habe ich Betis Sevilla. Offensiv-Allrounder Canales ist überraschenderweise nach Mexiko gewechselt und wurde mit Isco ersetzt, neben weiteren ablösefreien Neuzugängen mit Batra und Bejarin plus der Laie von Mike Roca von Leeds United. Mit Pellegrini haben sie einen sehr erfahrenen Trainer, der sie laut meiner Prognose in die Champions League führt, da sie einfach am meisten Kontinuität von den Kandidaten hinter der Top 3 haben, zusammen mit Sociedad, wobei die alles in die Champions League hauen werden, während Betis in der Europa League auch mal ein bisschen rotieren kann und sich so die Kräfte auch einteilen kann, um dann letztendlich Platz 4 klarzumachen. Kommen wir zu Platz 3 und die Top 3 ist eigentlich klar, so wie in jedem Jahr, aber Platz 3 ist tatsächlich sehr überraschend mit Real Madrid. Mit Benzema hat sie einer der immer noch wichtigsten Bestandteile der Offensive verlassen und auch Edeljoker Asensio ist weg für die letzte Angelotti-Saison bei den Königlichen. Neu sind neben Königstransfer Bellingham, Ada Güler, Roselou und Franca Fia. Ich sehe in ihnen wie in der Vorsaison definitiv das Potenzial in großen Spielen voll da zu sein, aber nicht die nötige Konstanz, um in der Liga den Titel einzufahren. Und Vizemeister wird laut meiner Prognose tatsächlich der Vorjahresmeister mit dem FC Barcelona. Barca feierte ja letzte Saison einen souveränen Meistertitel dank guter Defensive. Kessier, Alba und Busquets hat man abgegeben. Gerade Busquets war noch auf absolutem Top-Niveau unterwegs und extrem wichtig. Ersetzt wurden sie mit Inigo Martínez, Romeo und Gündogan, wodurch sie die Qualität aufrechterhalten konnten und Trainer Xavi sie taktisch weiterhin sehr flexibel aufstellen kann. Sie sind vielleicht nicht besser im direkten Vergleich mit Real Madrid, aber womöglich besser darin, individuell schwächere Gegner zu bespielen. Dennoch werden sie sich nach zwei blamablen Champions League Saisons diese Saison vor allem mal darauf konzentrieren, dort abzuliefern, was wiederum eine große Chance für meinen Platz 1 darstellt, denn das ist tatsächlich Atletico Madrid. Die waren nämlich klar erste in der Rückrundentabelle letzte Saison, nachdem man nicht mehr europäisch vertreten war und sich voll auf die Liga konzentrieren konnte. Sie haben dabei aber nicht nur den erfolgreichsten, sondern tatsächlich auch den attraktivsten Fußball der Liga gespielt, mit einem Grießmann in Weltklasseform. Die Frage ist, ob man das aufrechterhalten kann mit der erneuten Dreifachbelastung zu Saisonbeginn. Den Kader haben sie jedenfalls zusätzlich mit Sir Jünschü, Azpiligreta und Ravi Galan sehr gut in der Defensive verstärkt. Nach dem Abgesang aus Simeone zu Beginn der letzten Saison würde ich es ihm definitiv gönnen, sich mal wieder mit Atletico ganz an die Spitze zu setzen, auch wenn das wahrscheinlich ein sehr gewagter Tipp ist. Das war sie also, meine Prediction zur La Liga 23-24. Ja, ich habe mich tatsächlich mal zu einer Überraschung hinreißen lassen, was den Meister betrifft, aber mal schauen, wie es am Ende ausgeht. Lasst mir gerne eure Meinung zu meinen Tipps in den Kommentaren da oder auch gerne mal eure Prediction zur ganzen Liga oder nur zu den Top 4 oder was auch immer, auf was ihr Lust habt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lässt, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!